Oh, Wespe. Ich habe so Angst, wenn so ein Wespe kommt oder ein Beinchen kommt oder alles. Ich würde ihnen nicht weh machen, aber das Problem ist... Irgendwie etwas fliegt und dann kommen sie so hin und sind so... ...dann sind so... ...dann sind so... Nein, danke. Ich bin die, die rennt damit, obwohl wir das nicht machen. Ein Beinchen und ein Wespe würde ja nicht weh machen, weil Insekten sind wichtig, aber... Nein, also... Auf den Blumen gefällt es mir besser. Hi zusammen, da ist Joy Marlene am Openair Gampel. Nein, sie ist leider nicht so kurz, schon verkackt. Schottland! Ich liebe Schottland. Oder allgemein Berge oder irgendwie... Darum finde ich es hier so schön, weil es ist eigentlich... Das sieht ein bisschen aus dem Gampel. Mein Traumjob ist absolut Musik. Wenn man mir verbieten würde, um keine Musik zu machen, also verbieten zu Musik zu machen, dann würde ich zwei Optionen haben. Entweder würde ich mich abschanzen auf dem Land und ich würde mir eine Farm oder so, weil ich genug Geld hätte, wenn ich jetzt möchte, würde ich mir eine Farm kaufen. Und dann würde ich mir ganz, ganz viele so... Rösschen, Esseln... Aber so gerettet sind. Immer dann würde ich so eine riesige Weide kaufen und alle Tiere wären einfach dort drauf. Und das Einzige, was wir machen am Tag, ist das Streicheln von mir. Oder... in die Filmbranche. Das erste Team. Alle angeschrieben. Das zweite Gitarre. Und das dritte Ginger Shots. Danke viel, viel Mal Gampel, dass ihr hier spielen darf. Ihr seid die mega, mega Besten. Es hat so viel Spass gemacht. Danke viel Mal für alles. Bis zum nächsten Mal.